Kannst du uns ein bisschen erzählen über die Techniken, die du hier verwendet hast? Grundsätzlich war es so, dass natürlich diese vielen Szenen verschiedene Fotos waren ursprünglich und ich wollte das irgendwie vereinheitlichen und auch verfremden. So habe ich die ganzen Szenen abgepaust und quasi in Gold gerahmt als Ikonen und kombiniert habe ich es mit dreidimensionalen Szenerien, mit Objekten und kleinen Szenen, die zu dem Thema jeweils passen und das habe ich animiert. Die Bilder selber wollte ich nicht animieren, die wollte ich sozusagen als Ikonen stehen lassen. Also es ist durchgehend eine 3D-Animation, Sachtrick oder Objekt-Trick. Man weiß, dass die Herstellung von Trickfilmen sehr aufwendig ist. Ist so Bubble Opera eine Computerarbeit oder würde sie händisch animiert? Was sind die Eckdaten? Der Film ist keine Computeranimation, sondern händisch animiert. Von den 23 Minuten Filmen sind 14 Minuten reine Animation. Das bedeutet ungefähr 15.000 Animationsschritte händisch ausgeführt. Und animiert sind 180 gezeichnete Bilder, hunderte Objekte, die ich auch selber händisch gemacht habe und tausende Preisschildchen sind da verarbeitet.